Wir sind ein Elektroinstallationsbetrieb, breit vertreten. Wir machen wirklich auf den Inseln von Gastronomie, von Wohnungsbauten bis hin zu gehobenen Geschichten mit der ganzen Smart-Home-Technik, was auch für die ganzen jungen Leute immer interessanter wird. Wir sind die größte Firma hier im Norden. Es ist ein Familienunternehmen, was wirklich dafür steht, dass es nicht nur Arbeiten Geld verdienen ist. Arbeiten ist auch das Drumherum. Den Angestellten, die Sicherheit zu geben. Ich kann jedem nur empfehlen, Firma CPH immer kennenzulernen als Kunde, wie auch als Elektriker. Wir legen einen ganz großen Wert auf Kundenzufriedenheit, was wir natürlich auch mit unseren Mitarbeitern Zufriedenheit wieder erreichen, weil nur zufriedene Mitarbeiter können den Kunden gut betreuen und Kunden auch glücklich machen. Den Betrieb gibt es jetzt seit über 125 Jahren, ist immer in der Familie geblieben und ja, das ist immer ein Miteinander. Wenn man, egal wer irgendwo mal hier und da in der Klemme steckt, das helfen sich alle gegenseitig aus. Man unternimmt auch viel auf einer Freizeit hier und da, auch die Mitarbeiter untereinander. Man kennt fast die Kinder, man kennt die Frauen, man kennt die Eheleute. Es bringt einfach Spaß, mit den Leuten in einem Team zu arbeiten. Teamgeist heißt bei uns, dass wir viel miteinander kommunizieren, aber auch, dass man sich immer trifft und miteinander spricht und vielleicht auch Sachen neu entwickelt, zusammen mit den Mitarbeitern. Das ist Teamgeist und auch irgendwo Innovation. Und es bringt Spaß, mit den Leuten einfach zu arbeiten und die Kunden sind super. Wir haben tolle Objekte, die man bei so einer Firma halt erleben darf, die man in einer kleinen Firma nicht so hat. Wir dürfen Objekte machen, die wirklich schon im oberen Drittel sind. Das ist einfach hammergeil.